Das Attribut Sizes kann natürlich nicht nur den Standardwert 100VW enthalten, sondern zusätzlich auch Media-Queries. Hier ein Beispiel Sizes und die Viewport-Breite. Ein Image-Element, das immer größer wird mit der Zeit. Source und Alt wie gehabt, das kennen Sie aus HTML-Einführung. Dann Source-Set, ein neues Attribut, hier mit vier Grafiken. 400W, 800W, 1600 und 3200. Das W gibt die Breite, die Width der Grafik an, sodass der Browser nicht herunterladen muss. Jetzt kommt Sizes. 100VW ist der Standardwert. Viewport Width, die Breite des Viewports in Prozent. 100% ist also volle Breite. So, und jetzt kann man hier eine Media-Queries in Klammern dazusetzen, wie zum Beispiel MinWidth 600px. Und dann sagen, 50VW, also die halbe Viewport-Breite. Das heißt dann frei übersetzt hier, mache das Bild so breit, dass es 100% des Viewports in Anspruch nimmt. Und es sei denn, der Viewport ist mindestens 600px breit, dann reichen 50% des Viewports. Das heißt, diese Anweisung also übersetzt. Das ist der Layout-Wunsch des Autoren dieser Webseite. 100% volle Viewport-Breite. Aber oberhalb von 600px wird das Bild dann ein bisschen dominant. Und dann geht es halt runter auf 50%. Dem steht folgende Rechnung zu Buche hier. Source-Set W und Sizes zusammen mit einer Media-Querie. Hier oben ist es nochmal aufgeführt. Das wird dann so gerechnet. Die Viewport-Breite hier in dem Screenshot ist 575px. Das heißt also, die Media-Querie ist nicht erfüllt. Die DPR des Bildschirms ist 1. Das schreibe ich einfach mal so dazu. 100 VW sind also in diesem Falle 575px. Das heißt also, 100% sind 575px bei DPR 1. Also nimmt der Browser die Medium-JPEG, die 800px breit ist. Die reicht in diesem Falle aus. Und noch ein Rechenbeispiel. Der Viewport ist 613px. Dieselbe Media-Querie im Attribut Sizes hier oben. In diesem Falle wird gesagt, Viewport 600px ist größer. DPR ist immer noch 1. Die Media-Querie ist erfüllt. Also in diesem speziellen Fall würde er sagen 50%, das sind 306,5px, also wahrscheinlich 307. Dazu reicht ihm aber die Small-JPEG aus, die 400px breit ist. Das heißt also, Sie haben hier den Fall, und das möchte ich Ihnen gleich im Browser auch live zeigen, dass die Medium-JPEG genommen wird hier, wenn nichts gesagt wird, wenn die Media-Querie nicht erfüllt ist. Ich zeige nochmal eben hier im Quelltext, da ist die Media-Querie MinWid 650VW. So, und wenn jetzt hier das Ganze kleiner wird, dann sehen Sie, dann müssen wir noch ein bisschen mehr kleiner werden. So, Small reicht aus, und unterhalb von 600px sehen Sie hier, da ist der Sprung. Medium reicht für 100VW, und oberhalb von 600px sollen es 50% des Viewports sein, und dann reicht Small aus. Das ist also diese Media-Querie in Aktion. So, und jetzt noch eben natürlich zeigen, dass die Pixeldichte hier schon wieder enthalten ist. Einmal neu laden. Sie sehen hier, Large reicht, wenn ich das im Querformat habe, 50% des Viewports, weil das ist größer als 600px. Da reicht Large, denn 50%, das sind von 1024, das sind 512 mal 2, wegen der DPR 2, das sind 1024, das reicht Dicke, und auch im Hochformat, hier in Neuladen, da gibt es Medium, denn 768, davon die Hälfte, das sind 384, das doppelt, das ist auf jeden Fall unter 800, deswegen reicht Medium hier aus. So, das ist also Sizes mit Media-Querie in Aktion, und wenn Ihnen jetzt langsam der Kopf schwirrt, dann ist es schön zu wissen, dass Sie nicht der Einzige sind, sondern auch Webdesign-Koryphäen, wie hier Andy Clark, auch bekannt als Malerkey, ist sein Benutzername bei Twitter, und seine Website AllThatMalerkey, der hat im April 2014, nachdem er das erste Mal da reingeguckt hat, in diese Source-Set- und Sizes-Attribut-Geschichte folgenden Tweet hier abgelassen, Looked at the responsive images, Source-Set- and Sizes-Attributes for the first time. Blimey, it's complicated. Ganz schön kompliziert, der Kram, damit Sie sich das live angucken können, das ist die Adresse, 4583-3607-7934-522-368, ist die Statusnummer dieses Tweets. Man gewöhnt sich dran, so schlimm ist es gar nicht, aber es ist ein bisschen Rechnen und ein bisschen Denken am Anfang, aber irgendwann wird es dafür komfortablere Werkzeuge geben, die uns das Leben leichter machen. Das ist ein bisschen Rechnen.